So Leute, kurz Anmerkung. Ach, das sag ich euch gleich, wenn ich ein paar Dinger hier erledigt habe, die mich gleich hier nerven werden. Ja, gleich kommen ein paar Dinger, die mich hier nerven werden. So, die Fische haben wir erledigt. Gibt's noch die anderen Viecher hier? Hier gibt's Leben. Habe ich bei einem, äh, Aufnahmeversuch rausbekommen? Ja, kuscheln ist heute nicht, Lixer. Boah, knapp. Okay, jetzt kommt die beschissene Sache. Gibt's Leben? Ich hab sie gerade atmen gehört. Ja, kommt. Wo seid ihr? Bist du da? Was? Hä? Hier war eigentlich ein Zombie, der mich eigentlich angegriffen hat. Bist ihr da drin, oder was? Ich wusste es nicht. Und da drin ist noch ein Zombie? Oder was? Das ist nicht mehr wegen Munition hier reingekommen. Fick durch. Okay, wenigstens sind diese Zombies aber weg. Äh, Map. Okay. Was geht's bei der Tür eigentlich? Bestimmt ist sie verschlossen. Sollen wir wetten? Was hab ich gesagt? Okay. Wir müssen jetzt da durch. Äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wir müssen jetzt geradeaus. Und ihr hört schon, diese komischen Missgeburten sind hier wieder. Warte mal. Also gibt es auch einen Weg von hier dahin? Ah, okay. Jetzt wisst ihr es. Glaub ich mal, dass es einen Weg dahin gibt. Oh, ein Rollstuhl. An was erinnert dich das? Irgendwie denke ich, dass dieser Rollstuhlfahrer ein Verwandter von Barrett ist aus Final Fantasy 7. Der hat auch ja so einen Maschinenarm. Nur eine Vermutung. Nur eine Vermutung. Kapitel 8. Flashback. Und hier weiß ich, dass wir eine Schallplatte finden müssen. Und hier das reinlegen müssen. Ja. Hm. Wie ich mich jetzt schon freue darauf. Wie ich mich jetzt schon darüber freue. Wieso gibt ihr verdammt nochmal Munition? Gib mir Leben. Nein. Ach, da ist Leben. So, hier ist es alles fein. Jetzt bin ich ein glücklicher Gauter. Wir gehen mal durch diese blutige Tür. Und man sieht schon die neuen Viecher. Ich weiß, dass wir jetzt nur geradeaus laufen müssen. Das Besondere an den grünen Viechern ist jetzt, dass die jetzt uns anspucken können vom Weiten. Ja, das ist eklig. Die können uns jetzt ins Gesicht spucken. What the fuck? Okay, ich bin wieder auf dem gleichen Stand, wie ich davor war. Leck mich. Ganz ehrlich. Leck mich. Leck mich. Kann mir irgendwie einer ein Leben geben oder so. Und ich denke, dass ich abkratzen werde. Aber derbst. Na ja, wir sehen uns gleich wieder. Okay. Äh. Mann. Kopfhörer. Bisher machen wir alles richtig. Ach ja, ich bin da falsch. Ich bin falsch, das weiß ich. Aber wieso finde ich die Karte hier nicht? Irgendwo muss ja die Map sein. Wir müssen da durch. Wie ich dieses Level hasse. Wie ich dieses Level hasse. Dann ist er nach rechts gegangen, oder? Nein, nach links. Oh, Leben. Okay. Aber ich hätte gern eine Map. Aber wirklich, ich hätte gern jetzt eine Map. Okay, besser ist alles richtig, was ich mache. Okay, jetzt kommen die ganzen Schleimviecher. Ich höre es jetzt schon. Wie ich mich jetzt schon auf dich freue. Wie ich diese Viecher hasse. Oh, das wird jetzt so knapp. Oh, das wird jetzt so knapp. Wieso ist da so eine Scheiß-Munition drin? Oh. Oh. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Ich gehe erst mal hier durch. Die Tür sieht doch irgendwie verdächtig aus. Okay, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Rechts. Wieso ich hier keine Karte finde, ist komisch. Ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Hä? Echt jetzt? Ich bin wirklich wieder hier. Ey, das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Okay. Das nächste Mal bin ich dann vor einer Karte. Da zeige ich euch dann, wo ich dann bin. Also, bis zum nächsten Mal. Okay, Leute. Kurz noch. Ihr wisst ja noch den Weg, wo ich durchgewasht bin, weil es die grüne Fische am Weg waren. Hier war die Schalplatte. Ich könnte mich wirklich mal selbst hauen. Ich suche noch die Schalplatte und ich bin einfach mal da vorbeigerannt. Na klar, weil ich nur Angst vor diesen grünen Fischern hatte. Wenn ihr es nicht glauben wollt hier, erinnert euch noch daran. Da kamen ja diese grünen, liegenden Missgeburten. Hm? Kennt ihr euch noch? Und da ging es ja nicht weiter. Da war das ja der einzige Weg. Und dann hier war... Die Krankenstation, wo diese komischen Insekten waren. Okay. Irgendwie sieht das anders aus. Ich glaube, das ist ein anderes. Aber wir sehen... Wir machen das im nächsten Part. Ciao. Bis zum nächsten Mal.